Was geht? Ich bin mit meinen Freunden hier. Was geht? Und ja, wir sind einfach hier so ein... Was ist das? Waren Sie mal hier? Verlassenes Haus. Verlassen... Ne, Verlassen... Schweinster. Muhstall, Muhstall, ja genau. Ja, und wir haben so geguckt, da letztes Mal, da ganz hinten, wenn ihr ganz seht, da war es im Stuhl. Jetzt ist er bei der andere Seite. Da war der zuerst, und jetzt ist er da hinten. Und vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren wurde hier jemand getötet, da weiß ich, hat von meinem Freund, der Vater gesagt, da wurde hier geschlagen, mit Baseballschläger alles, und noch Messer... Und Messer abgestochen. Und dann, wo haben die die weggeschmissen? Ich komme das mal dahin. Kieswerk, ja. Okay, und ja, wir haben so geguckt, da hinten, dass ihr seht, warte kurz, hier, hier, dieses Steil war hier in der Zeitkapsel. Hier, dieses Steil. Und die Zeitkapsel habe ich jetzt hier geschnitten gelassen. So, da, ob jemand, jemand sieht, dann habe ich mich, eben auch meinen Namen geschrieben, welche Uhrzeit, und dann einfach, 2020, Lukas, um 6 Uhr, 2020, ja. Und dann sind wir hier, man sieht schon ein bisschen kaputt, da, hier alles. Und, und, da stand noch drin, der letzte Eintrag war 2015. 2015. Ja, oder nicht, weiß ich nicht, ja, 2015. Ja. Was steht da? Der Schuh steht da? No, der so, komm her, zeig mal. Leute, man sieht's, guck mal, ein Freund von mir, diesen, so einen dicken Stein, hier, wie meine zwei Hände, so geschmissen, dann war es, das ist das Ganze gebrochen, ob sie mir glaubt, oder nicht, man. Das ist gebrochen. Aber siehst du das davon? Wo? So eine Geschichte. Ja, stimmt, Leute, guck mal, seht ihr den Stuhl da hinten? Der Stuhl, da haben sie den umgebracht. Ich schwör's euch, Leute. Da ist aber auch kein Blut dran. Ja, aber kein Blut, hey, wie kann das auch sein, ne? Es geht nicht, wenn wir vielleicht hier einer umgebracht haben. Da steht so eine Zeitung. Da steht so eine Zeitung. Was steht hier? Du, Lamprecords, Freeman, das waren keine Deutschen. Das ist ja keine Deutschen auf jeden Fall hier. Oder doch, es kann Deutsche, aber auf Englisch geschrieben. Wie man sieht, das Dach hat schon Löcher, da hinten auch ganz viel. Oh, haben sie's gehört? Die Sprecher ist auch umeinander. Ja, Mann, es fällt da, was auf den Kopf, wie man sieht, schon hier richtig kaputt. Da auch überall. Oh, da kommt zurück, Digger. Dario Digger. Komm mal zurück. Man sieht hier alles voll kaputt. Mühe, äh, Kühlschal. Ich letze das Video, das wird so ein paar Erlägsten. Ich hoffe, bitte alle liken lassen und mich abonnieren. Hätte ich mich sehr daran gefreut. Bitte macht es einfach. Das wäre eine Ehreaktion. Ja, sonst, vor allem ist es schon hier übelst gruselig und so, weil ihr wurdet schon leider umgebracht. Ja, äh, Ort kann ich euch nicht sagen, aber, wir sind hier in Zerbst. Der Ort, darf man nicht sagen, aber wir sagen, wir sind nur in Zerbst. Ort weiter, das können wir leider nicht sagen, warum, vielleicht wird man wieder gesperrt. und warum kommst du? Lagt da was? Schau mal, lag da was? Da liegt ein Schlaf, sagt er, Moin. Man sieht schon hier alles Graffiti und wenn man sieht, da hängt es auch fast gebrochen. Die Leiter, wenn man dran geht, fällt sie fast um. Wenn man in Stirn steigen wirft, überall Glas. Leute, schreibt mal bitte alle in die Kommentare, für wir, für wir ist dieses Glas. Wir wissen selber nicht. Okay? Schreibt mal alle in die Kommentare. Ja, ähm, man sieht auch ein bisschen Graffiti, dieses, wie lange denkst du dieses, äh, Graffiti, du Junge, wieder gleich abkommt und schmeißt die ganzen Schneide. Ja, guck mal, ich denk so, das könnte auch 2015 gewesen sein. Ja, aber nee. Ja, aber die Farbe ist sehr frisch. Ja, vielleicht, vielleicht vor zwei Jahren. Nee, zwei Jahre nicht so. Ich hätte gesagt, so vor vier Monate, fünf Monate. Schreibt mir in die Kommentare, wenn du über so was willst und andere schmeißt immer noch Steine. Ich muss immer noch Steine, okay. Was ist, was, wo will es denn nicht gehen? Mach mal weiter, bitte mal. Was ist das, Digga? Bastards. Guck mal, guck mal. Ja, oh, 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 du seht es. Das wackelt, Leute. Guck mal, oh, Das wackelt alles. Oh, was ist los? Diesen Ort wird bestimmt nicht so viele kennen, die hier in Serbs sind, vielleicht schon. ja, aber sonst, guck dir mal das ja an. Guck mal, was ist das hier denn? Digga, was ist das? Das ist aus wie so ein Zeher da drunter oder so. Digga, vielleicht ist es Klebeband oder so, ne? Ich weiß ja nicht. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, Digga, wenn du dich da oben dranhängen könntest. Mann, Digga, kommt auf Ehre. Ey, warte, hier, hier doch. Ganz gezielt hier drauf. Ja. Man sieht doch das, oder? Warte, erst mal so, wenn man von da an kommt. Ja, guck mal hier. Mal guck zu direkt, Digga. Was ist das denn? So, was ist das? zeig mal hier nicht, weil ich. Kapsel, ganz einfach. Ich, Kapsel. Franzis, genau. Maschallah, das ist jetzt dieses, Panther-Tek, oder was das ist, das wird sich an wie Stein. Pass auf mal raus. Keine Ahnung. Ich weiß, war irgendwo gegen das hier. Ich mach's mich an wie Stein, ist aber glaub ich. Keine Ahnung, ja, Mann, was ist das? Du, ist ja schwer. Du bist doch voll hart. Was denkt, was denkt ihr, was es ist? Schreibt mal in die Kommentare, wäre Ehre. Sie wissen jetzt nicht alles. Das ist auch die Lianza-Tekse, Alufolie hier drin. Alufolie, ja stimmt, Alufolie. Guck mal, guck mal. Was ist das? Ist Alufolie draufgeklebt, oder? Guck mal, aha, also zieh mal, zieh mal drauf. Zieh mal. Zieh mal. Zieh mal. Boah, Maschallah. Hey, das ist irgendwas gewickeltes. Das ist Karton? Ne, das geht nicht hin. Hä? Was ist das? Boah! Leute, guckt euch mal das an. ... Boah! Was ist das? Komm mal, iiihihihihihi. Schnell vor Ort ist das Blut. Ja, Boah, Leute. Vielleicht in die giftet. Ja, sonst hier alles. Vielleicht in Klopapier. Leute, glaub ich, hier ist versteckt 20.000 22 Kilogramm Klopapier versteckt, Bei Corona-Zeit kann man's überlegen. Ja, Mann. Aber sonst geht... Aber was ist das hier? Was? Das hier, ja. Nee, Stuhl oder so, ne? Irgend so ein Stuhl. Ja, stimmt Stuhl. Attacke! Stuhl, Schrott. Spraydosen! Hä? Die geht nicht mehr, guck. Das ist eine rote Farbe. Hä, guck doch mal die Spraydose an. Ja. Hä, also ist es schon... Die Spraydose ist schon... Leute, wie lange denkt ihr, dass die Spraydose alt ist? Ja. Ich denke ungefähr, dass sie richtig verrostet ist. Es kann auch sein wegen dem Regen, aber ist sie bestimmt nicht schlimmer. Und diese Spraydose, wie man sieht, ist sogar rot. Und wenn ihr es genau seht, da ist auch rote Farbe. Ja, die geht rüber ins Kabel. Ja, guck mal. Erstmal hier alles rum. Und dann sagt mein Freund, der liegt ein Kabel. Digga, denkt ihr, das ist wegen dem Mord? Vor 20 Jahren? Ey, da hinten irgendwo, da ist sogar ein Fluchtfahrzeug. Da ist sogar... Da ist ein Fahrrad. Digga, der ist auch schon übers alt. Hey, zeig mal, lass mich mal kurz rum, wo ist denn so eine Gabel? Ja. Ja, so bergvoll. Wo denn? Na da, bei dem Kanister. Ey, äh, ja stimmt. Leute! Jungen, glaub mal, ich... Guck mal, das ist schon anscheinend. Ob wir den kaputt machen können? Digga, nicht mal. Ich glaub, hier wurde die... Hier wurde schon mal jemand wieder umgebracht und wurde die Hand gelegt. Ja, ich muss los, ey. Ja, Brotdüfen. Oh, kein Problem. Brotdüfen, muss los. Ja, Mann, aber sonst... Ja, Mann, aber sonst...